Vielen Dank, Frau Präsidentin. Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir haben ein ernstes Thema, über das wir sprechen müssen, nämlich die Situation des Extremismus in Nordrhein-Westfalen, der sich besorgniserregend entwickelt. Insgesamt im Vergleich zu 2014 28 Prozent mehr politisch motivierte Straftaten. Und wir erleben Zuwachs in allen Bereichen, im Rechtsextremismus, im Linksextremismus und im Islamismus. Und meine Damen und Herren, ich sage Ihnen ganz ehrlich, wo wir eine solche zunehmende Bedrohung hier haben, hätte ich erwartet, dass es dazu eine Unterrichtung der Landesregierung gibt. Die ist ausgeblieben. Ihnen waren die längst abgefrühstückten Berichte über die Wasserstraßen in Nordrhein-Westfalen offensichtlich wichtiger als der Zuwachs des Extremismus in Nordrhein-Westfalen. Fatales Signal, meine Damen und Herren. Stattdessen gab es nur eine Pressekonferenz des Innenministers. Aber, meine Damen und Herren, dieses Thema, der Extremismus und der Zuwachs, der gehört hier ins Plenum, weil wir alle davon betroffen sind und weil wir alle bedroht sind. Und die Bilanz des Verfassungsschutzberichtes zeigt ja, dass die innere Sicherheit auch in diesem Bereich in Nordrhein-Westfalen nicht in guter Ordnung ist. Und meine Damen und Herren, ich sage das ganz deutlich. Es wäre billig und es wäre unredlich, wenn wir allein dem Innenminister und dieser Landesregierung die Schuld dafür geben. Aber es ist ebenso billig und unredlich, so zu tun, als hätte der Innenminister mit dieser ganzen Entwicklung so gar nichts zu tun. Und deswegen ist es jetzt auch nicht hilfreich, wenn in dieser Woche die Debatte nur sich dreht, um einen Begriff der Turboradikalisierung. Das ist der Schwerpunkt gewesen, der auch dargestellt worden ist in der Pressekonferenz. Es geht jetzt auf einmal um das ganz, ganz neue Phänomen Turboradikalisierung. Ja, meine Damen und Herren, wir wissen, es gibt Wutbürger, die sich auch aufgrund der neuen Medien schneller radikalisieren. Es gibt auch Jugendliche, die in wenigen Monaten radikal werden. Aber es ist doch ein durchsichtiger Versuch, hier einen Begriff Turboradikalisierung in die Debatte zu werfen und es als angeblich neues Phänomen darzustellen, um davon abzulenken, dass in anderen Bereichen der inneren Sicherheit versagt worden ist. Turboradikalisierung, meine Damen und Herren, die hat es immer gegeben, historisch. Wir haben es erlebt in den 70ern bei der RAF, wir haben es auch Anfang der 90er erlebt bei der damaligen Asyldebatte. Und natürlich bringen die neuen Medien neue Herausforderungen, aber den öffentlichen Diskurs darauf zu reduzieren, das ist eine Nebelkerze und das lassen wir Ihnen hier nicht durchgehen, Herr Innenminister. Denn es ist ein erkennbares Muster, was wir erleben. Immer wenn die Sicherheitsarchitektur hier in Nordrhein-Westfalen versagt, gibt es bei Innenminister Jäger genau zwei Erklärungsmuster. Entweder sind die anderen schuld, vornehmlich unsere Polizistinnen und Polizisten, oder aber wir haben es mit einem ganz, ganz neuen Phänomen zu tun, auf das man ja noch gar nicht vorbereitet sein konnte. Das sind immer die typischen Erklärungsmuster. Das war bei den islamistischen Exzessen 2012 in Bonn so. Das war bei Hogeza so. Da habe ich im Innenausschuss am Donnerstag vorher noch gefragt, sind wir denn auf diese Mischung vorbereitet, die da kommt, auf diese neue Konstellation mit Hooligans und Rechtsextremisten und Hardcore-Neonazis. Ja, wir sind gut vorbereitet, wurde uns dann gesagt. 50 Polizisten im Krankenhaus, anschließend der Innenminister im Frühstücksfernsehen, ein gelungener Polizeieinsatz. So dürfen wir mit den Polizistinnen und Polizisten in Nordrhein-Westfalen nicht umgehen, meine Damen und Herren. Anschließendes Erklärungsmuster. Ja, es war ja ein völlig neues Phänomen. Das war dann auch bei der Scharia-Polizei der Fall. Da hat uns hier der Innenminister Coram Publico angekündigt, sich ganz persönlich darum zu kümmern. Was ist passiert? Ein Mitglied der Scharia-Polizei war danach noch wochenlang in der Lage, Zugang zu sicherheitsrelevanten Bereichen im Düsseldorfer Flughafen zu haben. Wir haben es erlebt jetzt zuletzt bei dem Anschlag auf den Sikh-Tempel. Auch hier ist jetzt wieder ein ganz, ganz neues Phänomen, dass die ja so jung sind, dass vorher die Mutter, die Sicherheitsbehörden geradezu angefleht hat, sich mit der Radikalisierung ihres Sohnes zu beschäftigen, bleibt dabei unerwähnt. So können wir das hier nicht weiter gestalten. Und Herr Innenminister, das sind nur ein paar prominente Beispiele, wo immer die Verantwortung weggeschoben wird. Und ich sage Ihnen auch ganz ehrlich, wir würden Ihnen, ich kann ja jedenfalls für unsere Fraktion sprechen, wir würden Ihnen ja Fehler verzeihen. Aber das Verzeihen von Fehlern setzt auch voraus, dass es überhaupt mal ein Eingeständnis von Fehlern gibt. Aber das Eingeständnis von Fehlern, das Eingeständnis von Fehlern ist die Voraussetzung dafür, dass man dann auch aus Fehlern lernt und dass man zu einer vernünftigen Analyse kommt und dann die entsprechenden Konzepte auf den Weg bringt. Sie haben mit dieser Verhaltung, entweder es ist was ganz Neues oder aber die anderen sind schuld, haben Sie es geschafft, dass Sie weiter im Amt geblieben sind. Aber Sie haben das Vertrauen Ihrer eigenen Polizei bis aufs Letzte verspielt und Sie haben das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in diesem Land verspielt und leisten damit den Populisten leider Gottes Aufschub. Meine Damen und Herren, wir erwarten vom Innenminister, dass er nicht nur Probleme benennt und mit den üblichen Erklärungsmustern kommt, sondern wir wollen hier und heute, Sie haben dazu gleich die Gelegenheit, dass Sie uns konkret sagen, wie Sie diesem aufwachsenden Extremismus begegnen, wie Sie Flüchtlinge schützen, wie Sie die Bedrohung des Islamismus zurückdrängen wollen, wie Sie auch den Linksextremismus, gerade im Braunkohletagebau erleben wir das ja auch, wie Mitarbeiter und Polizisten mit Zwillingen beschossen werden, wie Sie das in den Griff kriegen wollen. Wir sind gespannt und ich bin sehr, sehr erwartungsgespannt auf das, was Sie hier ausführen werden und ich bitte Sie dann auch mal konkret zu werden und sich nicht wieder nur herauszureden. Vielen Dank.